Guten Tag, mein Name ist Marleni. Das ist meine Minute in diesem Stück und in der möchte ich die Welt verändern. Liebes Publikum, herzlich willkommen im Zirkus März. In der ersten Minute des Stückes werde ich vier Kiegelöcher in die Luft staschen. In der 18. Minute dieses Stückes fordern wir die Einführung der progressiven Arbeitslosigkeit. Keine Recht zur Faulheit. Pflicht zur Faulheit. In der 32. Minute werde ich summen wie eine Fliege. Schöne Schöne Tod und Verzeihlung an den Hut und Tot und Verzweiflung, macht ihr Lohn? So, ich zeige jetzt, wovon sie laufen müssen, wenn das Theater überschnappt wird. Völlig friedlich, liebes Publikum. Das ist Wasser. Und das da hinten, das ist auch Wasser. Allen Kindern steht das Wasser bis zum Halse, fühlt es rein, denn der ist kleiner. Am Ende, du Schluck! Am Ende des Stücks wird sich das Publikum fremdschämen. Am Ende des Stücks werde ich mich für das Publikum schämen. dreig! US-Machstern . Untertitelung des ZDF, 2020